Tja, meine Lieben da draußen, es gibt da so ein, zwei Leutchen unter euch, die meinen, ich würde im Moment zu viel singen. Und ich glaube, das liebe Zockerherz da in ihnen, das würde sich echt freuen, wenn ich mal wieder Let's Plays mache, ne? Hm, stimmt, habt ihr recht, ich kann ja jetzt nicht nur singen, ne? Joa, dabei fällt mir gerade was ein, was ich euch unbedingt erzählen möchte. Da habe ich neulich so auf der Straße von meinem Mann so einen ollen Schützenbruder getroffen, ne? Und dann, dann schnackt er mich an und sagt, sag mal, wie siehst du denn aus? Und ich, wieso, wie sehe ich aus? Joa, du hast ja ganz rote Haare. Ich sag, die hatte ich ja schon immer, ne? Nee, sagt, aber doch nicht so, bist du in Farbtopf gefallen? Hm, ich überlegte einen kurzen Moment, guck den an, du, ne? Und dann sah ich ja, ne, die Haare standen ihm so zu bergen, ne? Und ich hab ganz plitsch gern gesagt, nee, du, aber ich glaub, du hast in ne Steckdose gegriffen, du. Hm, guck mal an, wie du aussiehst. Joa, da hat er nix mehr gesagt, hat nur noch gegrinst, ne? Joa, Leute, gibt das doch. Joa, ich weiß ja, hier mit meiner Affenschaukel, ne? Sieht vielleicht ganz witzig aus, einige Leute finden das ja unmöglich, ne? Aber wenn ich die Haare offen trage, ne, dann sieht das ja noch schlimmer aus. Und ich will erst so zum Sommer wieder zum Friseur. Und dann werden die Dinger's auch mal wieder kurz, ne? Joa, wollte ich euch nur so am Rande erzählen. Also auf jeden Fall, da kommt noch was von der Let's Plays, da von Bloons und so weiter. Doch mach ich ganz bestimmt. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen weiter und den Schiebknoten da, den schaffe ich ja immer noch nicht, ne? Joa, hab mir so viel Mühe gegeben, aber irgendwie wollen die Biest das dann nicht. Das will nicht so richtig klappen, aber ich versuch das nochmal. Und dann seid ihr dabei und wenn ich wieder lose, joa, dann hab ich eben Pech. Denn ist das eben so, ne? Joa, jetzt gibt's ja übrigens da Ostereier bei der Bloons, ne? Joa, kannst bei jedem Spiel so ein paar Eiers gewinnen. Und nicht nur die Eiers, wenn du die Eiers dann hast, ne? Denn kannst du auch so richtig schön Gewinne absahen, joa. Dann gibt es da Goldstücke oder es gibt ein paar Schildkröten und all so ein Tüdelkrum. Bin ja gespannt, was da noch kommt. Ich hab jetzt vier Eier, joa. Jeden Tag so 13 Tage, jetzt noch 12 Tage. Kannst das noch mitmachen, ne? Diese Verlosung da. Joa, sieh doch mal zu, vielleicht hast du ja auch Glück, ne? Joa, jetzt wollte ich noch mehr sabbeln. Nee, ich will nicht mehr sabbeln. Das langt ja erstmal wieder, ne? Es ist nur so ein bisschen, so mal dazwischen einfach, ne? Joa, ihr Lieben. Denn bis später. Und vielleicht mach ich ja heute schon ein Let's Play. Für alle die, die das gerne sehen mögen. Und die Bloons lieben. Ich liebe ja Bloons abgöttisch. Ich häng da jeden Tag vor. Jeden Tag spiele ich auch, ne? Joa, weil da gibt's ja im Moment nix. Nö. Ich wünsch euch denn noch einen schönen Tag. Und mal sehen, was mir heute noch so einfällt. Also, singen erstmal Schluss, oder? Gut. Tschüss. Nee, warum sag ich immer Tschüss, wenn ich doch wiederkomme? Ist das Blödsinn, ne? Ja, gehabt euch wohl. Tschüss.